willkommen zu einer weiteren folge lesbischof kennst mit mir im torsten und sabine macht sich ja nochmal irgendwie ist die schwester von sabine jetzt die letzten beiden tage zumindest hier bei uns gewesen ich weiß nicht wie es bei euch war aber hier hat es noch mal so richtig durch geblasen auch jetzt am wochenende also am sonntag wo wir das discord turnier hatten und hat mich auf jeden fall gefreut dass so viele zuschauer da waren und sich das finale angeschaut haben und das spiel um platz drei auch wenn da so ein bisschen so ein bisschen so ein kleines bisschen was im argen war aber schwamm drüber es hat mich in jedem fall für das turnier gefreut für den discord kanal und oder überhaupt für dieses turnier dass so viele zuschauer auch bei mir und auch bei den anderen streamern waren denn das zeigt dann doch dass das interesse sehr sehr groß ist und es ist eine sehr sportliche sache habt ihr ja glaube ich auch ein bisschen mitgekriegt aber dennoch glaube ich war das gelungen ja was ist eigentlich auch gelungen gelungen ist dem dem sami hier das overlay vielen dank sah mir ein tag später habe ich hier schon overlay das kann ich eigentlich auch so mit webcam oder ohne webcam benutzen ohne oder mit das geht beides manchmal habe ich ja kein bock auf webcam aber ich denke dass das geht beides man kann das ganze noch so ein bisschen nach oben schieben vielleicht oder ich kann auch immer in diesen bereich der oben so ein bisschen frei ist reinschreiben das wie mein creator code ist und so also da geht natürlich noch vieles aber ich habe es gesehen bzw ich habe es ja eigentlich gestern schon geleakt im live stream ist es mir leider passiert dass ich mir hier den den neuen skin oder oder den ja was heißt nicht neuen skin sondern überhaupt den skin für den king freigeschaltet habe und so ein bisschen parallel bestehen ja also zu dem neuen skin ich weiß gar nicht ihr wisst es sicherlich aber ich weiß es glaube ich auch wo diese parallelen herkommen nämlich ja da war das ja nita von brostas der hat nämlich nita von brostas auf dem arm hier den skin claim wie hier und equipment auch denn der passt so ein bisschen zum primal worden der passt so ein bisschen zum primal worden obwohl ich den den skelett king immer noch ziemlich ziemlich gut finde vor allem die animation finde ich richtig richtig cool den jolly king habe ich nicht so wirklich gemocht aber ihn hier mit nita auf dem arm keine ahnung finde ich richtig cool auch wenn man hier mal so ein bisschen umgeht mit der dicken keule hier alter falter naja aber um ihn geht es heute auch er oder heute mal so richtig zu ok coole animation um ihn geht es auch denn ich kann ihn fast fast durchmechsen mir fehlt nur noch eine gewisse sache so ein paar heldenbücher und ein bisschen dunkles denn es gibt ja im moment ein event hier machen mal ganz ganz viele helden und das habe ich auch schon ein paar mal gemacht ich weiß gar nicht ich habe hier gar nicht 13 mal angegriffen ich muss mal eben checken wie das mit den angriffen hier war und ob das jetzt angriffe war die ich wirklich machen muss und muss 18 mal helden machen ich meine wenn ich hier ein radhaus 13 bekomme dann macht man ja eigentlich schon vier stück oder da macht man ja eigentlich schon vier stück wenn ich natürlich ein elfer bekomme der hat nur drei hat nur drei und zwölfer auch nur drei also müssen wir schon irgendwas finden was dann auch vier helden hat ich glaube so ist der zähler so ist glaube ich der zähler obwohl ich in titan bin geht die suche eigentlich im moment ich wollte schon wieder eigentlich schon wieder ein kleines stück runter aber hier wäre zum beispiel was aber viel zu wenig lot viel zu wenig lot denn wir wollen so ein bisschen mehr dunkles haben hier da der king ja noch fünf fünf level machen muss aber ich habe jetzt glaube ich mit dem helden buch was denn was hier dann kommt habe ich vier helden bücher oder drei ich kann mir in einer stunde oder so ein hammer holen und ich habe noch eine dunkle rune also das müsste irgendwie passen in einer folge den king noch mal komplett durchmexen aber ich denke mal dass ich hier jetzt noch ein bisschen länger suchen nach den geeigneten dreizehner der mit dann auch vier helden präsentiert damit ich dieses event hier auch irgendwie irgendwie mal rumkriege denn das helden buch würde ich schon oder ist da ist das helden buch würde ich echt gerne mitnehmen okay hier ist er und wo sind denn hier die helden müssen die leben ich weiß es gar nicht müssen die eigentlich leben ich weiß es gar nicht ob sie leben müssen oder nicht leben müssen egal dann nehmen wir den mit die luftabwehr ist da im ausbau das ist cool dann kann ich hier meine beiden ballons setzen oh ich habe so ein bisschen oh ich habe so ein bisschen spenden armee am start okay ich habe ein bisschen spenden armee am start und ich höre das jetzt auch schon wieder ich weiß gar nicht ob ob ihr so ein bisschen nein ich muss das mal checken wann wann ihr ingame sound hört und wann nicht ich habe so ein bisschen spenden drum am start mit den zwei yetis und der einwahl küre drei mauer brecher das ist irgendwie so optimal drei mauer brecher geht geht eigentlich gar nicht da kriegst du nichts mit auf hier nur so ein bisschen angekratzt aber egal die queen muss erst mal die queen muss erst mal laufen vor allen dingen muss sie überleben ohne dass ich sie zünde scattershot ist schon mal weg glaube ich und das ist ein multi entfernen okay das multi entfernen dann lassen wir sie erst mal so ein bisschen laufen und nehme ich jetzt auch mal die wahl küre und den king hier mit rein da muss man gerade gucken drei mauer brecher die könnten auf die mauer gehen aber auch nur könnten okay die sind mir da ein bisschen verstorben gerade okay die sind mir da gerade ein bisschen verstorben und dann nehmen wir hier hinten auf der genau gegenüberliegenden seite glaube ich mal unser 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 skatter wenn ich nehme die beiden hier mit rein und einmal den hier der king ist jetzt schon geschichte aber wir haben ihn ja in jedem fall gezündet und dann wird hier noch so ein bisschen weiter gefahren und die queen kommt diesmal die queen kommt richtig weit okay meine queen kommt richtig weit mal sehen wie weit wir nehmen die noch mal in wut und da hinten da gibt es feuer okay das ist ein single inferno alles klar das ist ein single inferno und dann haben wir die in jedem fall hier gemacht in dem die hocks mit rein richtung rathaus worden mit dazu den royalen champion mit hierbei und dann muss es hier jetzt da müssen sie hocks und die und und die meiner richten sieht aber noch ganz gut aus und wir haben schon mal noch mal richtig viel dunkles hier geholt okay da kommen so ein paar skelette die nerven ich glaube war das war das jetzt gerade ein bisschen zu spät war das gerade vielleicht schon so ein bisschen zu spät hier für diese base hier aber nee das sieht gut aus das sieht das sieht mal richtig cool aus hier clean up ich kann schon clean absetzen das ist sehr cool dann kann ich hier dann werde ich auch mal meine spenden drum los also schönes ding hier und nochmal wie gesagt samir lieben dank für deinen overlay ich habe dein post hatte ich das gesagt dass ich den post eigentlich gelöscht habe weil da ein link drin stand und ich wollte jetzt nicht dass das copyright geschützte bild hier an andere geht ich habe jetzt mal ein paar pokale gemacht aber das dunkle brauche ich in jedem fall hier für den für den king 194.000 da machen wir in jedem fall so ein bisschen weiter ich habe heute bei meinen anderen accounts über allen boost geschoben das machen wir hier auch warte mal da ist der boost und da machen wir noch sicherlich so weit wie wir kommen jetzt muss ich mal gerade gucken 13 ich hatte jetzt keine helden dabei war okay die helden müssen leben haben wir jetzt mal festgestellt das ist eigentlich so ein event hier was ich immer so mache dass ich so außenstehende helden kurz mal snipe mit der queen oder mit dem mit dem champion jetzt nicht oder mit dem worden aber meistens mit der queen ärgert mich das gerade ein bisschen muss ich sagen dass wir da hier noch nicht weiter gekommen sind denn ich würde gerne dieses heldenbuch erst nehmen bevor ich die heldenbücher hier aus dem pass nehme denn den pass habe ich ja schon lange fertig ich habe jetzt auch noch die ganzen runen zu nehmen und aber es gab ja am ende hier noch ein heldenbuch und auch ganz ganz vorne können wir reingehen ganz ganz vorne noch eins also zwei heldenbücher drei heldenbücher insgesamt plus dem hammer das würde den king auf 64 ziehen also dann hätte ich vier nicht doch 64 69 ziehen dann hätte ich den fast fertig aber so muss ich jetzt noch so ein bisschen was tun hier ist aber nicht ganz so tragisch machen wir in jedem fall und aber schon 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 witzig dass der hier nie darauf hat gibt es eine besondere animation eigentlich hat jetzt auch ein bisschen länger bei mir gedauert zwölf tage aber ich habe es schon vor einem tag im live stream am sonntag glaube ich geleakt dass ich den zufälligerweise gemacht habe und der kopf von nita liegt hier drauf der liegt hier voll auf der platte der licht voll auf der king platte ok könnte mir mal in die kommentare schreiben wie ihr eigentlich den skin findet wenn ihr paar spieler seid oder ob ihr überhaupt die skins gut findet ich bin mal gespannt jetzt hat man primal worden wir haben den primal skin für den king was kommt als nächstes was für die queen oder kommt jetzt der erste skin auch für die royale champion was meint ihr könnt ihr mir mal unten reinpinnen ich mache kurzen cut und dann sehen wir uns zum zweiten angriff wieder so ihr leben hier haben wir jetzt ein rathaus wo alle vier helden glaube ich da sind ich sehe hier unten den king ich sehe da die queen ich sehe hier oben die gladiatorin und ich sehe auch den worden also ich denke das ist dann die richtige wahl um das event hier zu spielen das habe ich das habe ich gar nicht so geblickt das habe ich echt nicht so geblickt habe ich ein bisschen verpeilt aber ist man was anderes von mir gewohnt ist man nicht man ist nichts anderes von mir gewohnt und hier soll gefandelt werden deswegen nehme ich jetzt schon mal die magier und auch den baby drachen hier mit rein ich habe nach wie vor nur so ein paar mauerbrecher dabei aber ich habe eben noch mal ich hab's ich hab's noch mal geändert oh alter was kommt da für eine scheiße mein lieblings drache da kommt mein lieblings drache ich dachte gerade typischer failure das kann auch ein schneller fail von mir werden ähm die queen ist jetzt aber schon gezündet okay die queen ist jetzt schon jetzt schon gezündet aber wir haben jetzt schon einen helden gemacht hier meine herren ey war das knapp war das nappi okay wir gehen hier hinten los mit dem zeug hier was wir hier haben die sollen hier runter funneln denn meine queen die wird jetzt nicht mehr ganz so viel schaffen glaube ich die wird nicht mehr ganz so viel schaffen die gehen nach unten so soll es sein vor allen dingen der king und dann kann ich eigentlich hier schon einsteigen ich kann hier schon einsteigen ich kann hier schon einsteigen mit den hocks und den minern wir nehmen den champion mit dazu queen ist jetzt geschichte okay ich hätte ich hatte noch nachher ich hatte noch einen guten zauber okay ist nicht ganz so schlimm ist nicht ganz so schlimm wir nehmen mal hier oh der fries war boah der war mal richtig kacke der fries war mal richtig scheiße junge 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 der war mal richtig beknackt gerade der der fries zauber so wo sind meine miner die sind da am rathaus boah naja okay aber wir haben schaffen wir eigentlich die helden das ist ja das wichtige das vergesse ich dann auch immer gerne was müssen wir eigentlich noch machen die ist auch gerade so gezündet okay aber die haben auch verloren okay die haben auch verloren der dick ist noch dabei mit seinem fetten stab hier und das war es dann aber auch aber wir haben alle vier helden bekommen jetzt müsste ja eigentlich ein bisschen mehr auf meinem zähler stehen dass wir hier so ein bisschen mehr gemacht haben der schafft das jetzt auch nicht aber wenn er 70 ist dann geht er noch mal gut durch aber noch mal 5600 dazu bekommen und auch den tages bonus das sehr sehr cool also machen wir hier wir machen das ruhig weiter ich weiß das langweilt euch vielleicht auch die hybride technik aber üben schadet nie und ich muss es halt tun okay wir haben 198.000 in wirklichkeit kann ich mir jetzt den king hier jetzt schon einen weitermachen aber ich wollte das mit dem buch hier hier machen ja vier helden 13 jetzt auf 17 okay ich denke ich mache das jetzt aber im schnell verfahren das seht ihr jetzt nicht aber ich denke mal es ist die richtige wahl erstmal das buch aus dem event nutzen die bücher stecken halt nicht danach vielleicht mit einer runde dann den king nochmal hochballern aus dem pass hier mit dem dunklen also da müsste auch mal so ich denke auch nicht immer nach aber ich glaube hier ist es das richtige dunkle runde noch ein buch dann müssen wir fahren noch ein buch und dann hammer dann haben wir den noch 54 oder das müsste eigentlich passen das müsste eigentlich passen mal sehen ich gehe jetzt erstmal ein bisschen runter hier aus das ist nicht so meine liga ich werde in jedem fall das event weitermachen und nur so ein bisschen die helden machen ich hoffe das ganze hat euch ein bisschen gefallen hier also ja nita ist incoming hier beim king beim skin king so muss man es ja sagen und naja die parallelen sind ja so ein bisschen da aber ich mag das vor allen dingen passt das jetzt auch zum worden also der skin hier vom king zum worden skin und ich bin echt mal gespannt was es als nächstes gibt aber das dauert ja noch dauert ja noch ein paar tage zwölf tage bis zur nächsten season als bis zum nächsten pass und so lange werden wir hier natürlich auch am ball bleiben vielen dank dass ihr dabei wart dass ihr ein bisschen zugeschaut habt wenn ihr der meinung seit das video gefällt mir ganz gut dass man einfach einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen dann verpasst auch kein video mehr von mir und auch unter umständen keine live streams mehr auf twitch vielen dank bis dahin euer toto glasht